so schön dass er wieder mit dabei seid hier zu endenringen ja ich freue mich auf alle fälle denn wir haben in der letzten folge gotrek besiegt und haben tatsächlich auch die ohne geholt und genau wir haben noch etwas vor ich möchte mit euch noch wohin gehen und zwar haben wir hier eine wunderschöne hülle da werden wir nicht reingehen denn wir werden woanders hingehen denn ich habe mich ein bisschen kundig gemacht es gibt hier tatsächlich irgendwo noch eine höhle sowas ja keine höhle sondern eher so ein grab und das würde ich halt schon noch mitnehmen das soll hier hinten sein falls euch übrigens die folge so ein bisschen gefallen sollte würde ich mich drüber freuen wenn ihr mir den daumen nach oben da lässt jetzt sind jetzt quallen da müssen wir ignorieren weil ich erscheint glaube ich immer wieder ich will diesmal hier hinter übrigens ich habe mich jetzt soweit gelebt wird ich zeige euch das einfach mal klingt schon sehr schön hier die musik genau ihr seht schon da unten ich habe jetzt weisheit auf 23 gebracht somit kann ich jetzt auch das mondschleier katana nehmen das muss ich jetzt natürlich noch mit aufwerten dazu brauche ich habe diese dunkelsteinsplitter ich hätte mich in irgendeiner folge mal gefragt wozu man die braucht objektherstellung blutfett ich zeige euch das einfach mal eine goldene saat haben wir noch die hier die brauchen wir und wir brauchen für unsere wölfe und für unsere asche diese geisterteillinien und vielleicht finden wir ja tatsächlich hier jetzt irgendwas drinnen denn es ist mal wieder eine gruft was haben wir gelernt bei elbenringen richtig man sollte keinen gegner unterschätzen aber wirklich gar keinen die alten 20 spieler aus dafür sind die einfach nur nervig hier ist wie das für eine katze solche katzen haben wir ja schon mal besiegt bzw eine davon von g2 d ja du w w Und das wieder nur für so ein blödes Wurzelharz. Ah, wir können den Hebel ziehen. Ich habe nichts gesagt. Irgendwo hat sich eine andere Tür geöffnet. Okay, ich habe nichts gesagt. Schauen wir mal. Sonst soll ich jetzt hier tatsächlich die Tür auf. Okay, ich verpiss mich. Okay, ich verpiss mich. Ja, ich sehe es. Ich kann endlich schon wieder hier an mich hinsetzen. Stimmt ja. Also ich glaube diese Viecher mag ich wirklich gar nicht. Und die lassen ja auch nichts sinnvolles fallen. Den 7 selbst stehlen. Ok, den Schmiedestein 1, aber... brauchen wir den tatsächlich noch? Ja. Gehe, holen wir wieder unsere Hunde zur Hilfe, also unsere Wölfe, besser gesagt, was uns auch immer hier erwartet. Okay, ich dachte, Asche des verbrannten Ritters Engwall. Cool, das sind Krieger, aber ich dachte, jetzt kommen noch mal solche Viecher hier. Okay, wir müssen auf alle Fälle auch FP farmen bzw. mal aktivieren. Denn wir brauchen FP. Okay, gut, da haben wir die Trübflusshöhle auch gemeistert. Okay, gucken wir mal kurz ins Inventar. Wir haben jetzt zwei davon, das heißt, wir können jetzt wieder etwas aufwerten. Jetzt siehst, wir gehen wieder zu unserer Tafel der Gnade. Und verstärken weiter erstmal unsere Wölfe. Alles hier? Hier war das. Ja, diese Frau hier, diese Puppenfrau. Das ist mit ihm. Das ist mit ihm. Das ist mit ihm. Aber ein Tag, ohne Fälle, du hast dein Wölfe. Also, bitte, grant mir meine Begriffe, Gwyn Marika. Oh, du bist, nicht. Ich habe nicht gesehen, du bist da. Ich werde mein Job, das auch immer. Bist du ausfüllen, deine Räumen. Es gibt keine Worte für dich. Ich könnte mich ein Prisitier für dich, Tarnisch-Loc. Aber meine Wölfe sind meine, meine alleine. Das ist meine, meine alleine. Ah nein, Gräbertal-Lilien brauchen wir. Hier haben wir das jetzt verstärkt. Da habe ich doch schon mal was interessant ist, was ich hier reinpacke und zwar diesen Ritter. Wie viel brauchen wir jetzt für ein Level ab eigentlich? Oh, 9000. Eine ganze Menge. Rohnenbogen. Diese Rohnenbogen oder Rohnenbögen sind ja ganz wichtig. Aber die brauchen wir momentan jetzt erstmal nicht. Noch nicht. So. Ich meine hier hin. Jetzt gehen wir fort. Oh. 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 Ich habe noch mit einem Charakter nicht gesprochen. Das glaube ich beim Schmied. Bin ich gern schon weit im Kreis gelaufen. Hier war das. Wie viele Runen haben wir denn jetzt eigentlich? 1008er, da kann man noch was machen. So, wir werden nämlich jetzt mal. Oh nein, Invasion. Oh nein. Oh nein. Ich denke... Oh, ich bin gefrostet. Der hat sogar noch eine Blut-Axt. Okay, den werden wir jetzt noch machen. Den werden wir jetzt aber noch ganz genau so machen. Nee, hier nicht. Manchmal verläuft man sich auch mal hier. So, ich renne jetzt direkt hin. Okay, man sollte nicht zu hektisch sein. Man sollte nicht zu hektisch sein. Aber man kann ihn auf alle Fälle besiegen. Das blöd ist halt nur, er heilt sich ständig. Okay. Okay. Was ist das? Okay. Also mit dem Schild, das ist... Ich habe da hier so eine... so einen Parry drauf gemacht, also dass man irgendwie was parieren kann, aber... Entweder kriege ich das nicht gebacken oder... oder stelle mich gerade wieder ein bisschen seltsam an. Naja... auch nicht so schlimm. Dann machen wir das so... Okay, da hat mir was drauf. Ach, Mann, du gehst mal auf den Sack. Ach, Mann, du gehst mal auf den Sack. Mann! Mann! Dennis, den?! Das hat er richtigvt. Ok Ok Also wir müssen mal ein bisschen gucken Also wir kriegen den auf alle Fälle hinten Also weil der hat ein ziemlich gutes Moveset Aber das ist halt trotzdem nicht so einfach Also generell so in Weder Ich mag eigentlich in Weder überhaupt nicht Also ich glaube da bin ich aber auch nicht der Ähnliche davon Jetzt haben wir ihn ganz leicht gekillt Äh Spötter Zunge Alberic ist tot Interesting Gut wir schauen uns erstmal um hier Haben wir hier noch irgendwas interessantes Was uns vielleicht helfen könnte Äh Ist gar nichts Keine Truhe Nichts Seltsam Doch hier ist ein Gegenstand Ein verschlüsseltes Partner Ich glaube das ist eher was für Glauben Ich dachte wir würden jetzt die Sense bekommen Von dem Der hätte sich wenigstens mal gelohnt Aber so Schade Na gut So Wir gehen nochmal Zu diesem Kenneth Hyde Äh Der ist Hier drüben Weil vielleicht hat er jetzt irgendwas sinnvolles zu sagen Denn wir haben ja jetzt Godric Besiegt Und er hat ja gesagt Er will halt der neue Herrscher von Limgrave werden Aber Godric steht denen ein bisschen im Weg Ähm Und da wir Godric jetzt besiegt haben Könnte es vielleicht sein Dass der jetzt irgendwas sinnvolles sagt Also ein bisschen was sinnvolleres als übrig Oder steht er einfach immer noch da oben Sinnlos rum und wees nicht mit sich anzufangen Okay die Teile Äh Können wir jetzt auch Killen Mit einem Schlag Mit einem Schlag Warum greifen die uns an eigentlich Mit einem uh Mit einem Boltlik Mit einem Mit einem Как Mit einem Mit 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 dann gehen wir eben wieder nach unten da musst du sowieso hängen weil, hier oben ist noch so ein schöner baum, seht ihr das, warum ist hier ein baum und hier ist noch so ein rundes teil wie hier und da werden wir jetzt erstmal hingehen zu diesem teil hier genau, das werden wir jetzt mal machen dazu rufen wir uns Torrent da sitzt nämlich schon da so ein komischer geist auch rum die halbmenschen wüten weil ihre mutter entführt wurde wo seid ihr Fürst Kenneth der Ritter ist verrückt nach Blut ja ok aber den Ritter haben wir doch schon längst gekillt ok der hält mal zwischendurch Stachelkeule, der hält mit zwei Schläge aus. Das sind jetzt hier wieder für eine Nachricht. Bereit für neue Geschäfte. Okay, hier ist keiner. Ich komme hier hoch, gleich mit Torrent. Okay. ja nie ab ich weiß nicht mal leben gesprungene stachelträne grüne kristallträne da findet man doch auch noch hier irgendwas sinnvolles wo ist denn jetzt meine markierung da oben das ist aber der baum hier oder sie sind das ja gut ich würde sagen ich werde hier auch immer die folge beenden für heute weil es schöner eine halbe stunde rum wenn euch die folge so ein bisschen gefallen hat können natürlich gerne daumen nach oben da lassen ich würde mich riesig darüber freuen wie gesagt und wir sehen uns dann in der nächsten folge hier zur alten ring wieder und dann werden wir mal hier reingehen vielen dank fürs einschalten